Spiel, Spaß und Spannung, das alles war beim Gewaltpräventionscamp des Berliner TSC zu finden. Dieses wurde als Feriencamp für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren vom 29. Juli bis zum 2. August 2019 angeboten. Wir möchten, dass die Kinder hier rausgehen und sagen, sie sind gewappnet für den Schulalltag, für den Alltag draußen auf der Straße. Sie können gefahrlos in der S-Bahn, in der U-Bahn, in der Straßenbahn sich bewegen und falls ihnen Gefahr droht, entsprechend reagieren. Dabei lernten die Kinder durch Karate, Boxen und Gewaltpräventionsworkshops Teamfähigkeit, Loyalität und Verantwortungsbewusstsein. Besonders wichtig war aber die Vorbeugung gewalttätiger Auseinandersetzungen. Mir gefällt so Karate am meisten, weil da sind so schnellere Kicks und auch Schläge. Ich mag persönlich lieber Karate, aber Boxen macht auch sehr viel Spaß. Jeden Morgen wurde sich zum gemeinsamen Frühstück getroffen und danach wurde trainiert. Genug Pausen und ein Mittagessen gab es natürlich auch, bis die Kinder am Nachmittag wieder abgeholt wurden. Jedes Kind erhielt zum Anfang einen Karate-Anzug und ein Camp-T-Shirt. Das alles wurde kostenfrei bereitgestellt durch die Aktion Mensch. Ich denke, dadurch werden wir auch in Zukunft das Angebot versuchen, nochmal aufzurufen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Aktion Mensch wieder finanziell dabei ist. Das heißt, das Ganze unterstützt und begleitet. Andernfalls wird das so ja nicht möglich. Eine Menge Emotionen und Spaß zeigten die Kinder aus den verschiedenen sozialen Schichten, bei denen kein Unterschied nach Bildung oder Herkunft gemacht würde. Der Berliner TSC veranstaltet viele weitere Feriencamps. Ein Camp in Zusammenarbeit mit Aktion Mensch findet jedoch erst das zweite Jahr statt und soll bei weiterer Unterstützung jährlich und mit wechselnden Themen stattfinden. Hier machen wir besonders Spaß, dass wir halt auch andere treffen und auch was zu den Gewaltpräventionen lernen, die wir uns halt schätzen können. Eine tolle Aktion, welche es wirklich allen Kindern ermöglicht, teilzuhaben. Auf weitere tolle Jahre des Trainingscamps vom Berliner TSC mit Aktion Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020